Hallo liebe Freunde, heute zeige ich euch das nächste Produkt aus der Haka-Kollektion, das ist der Kraftreiniger. Das seht ihr mal ganz kurz. Den Kraftreiniger verkaufe ich sehr häufig, weil es perfekt ist zum Reinigen der Duschen, Duschbäder. Hier lende ich es an einer Glastür an bei unserer Dusche und man merkt es sofort. Es hat nicht diesen unangenehmen chemischen Geruch, den wir bei vielen anderen Produkten tatsächlich feststellen müssen, wo man auch besser hier Handschuhe verwendet, um mit diesen Putzmitteln zu putzen. Bei uns ist es ganz einfach. Ihr könnt immer ohne Handschuhe putzen. Ich mache das dann mal hier eben streifenfrei sauber. Dieser Haka-Kraftreiniger ist rein auf mich Säurebasis, was eben ein natürliches, natürlicher Wirkstoff ist und ist genauso hautverträglich wie alle anderen Produkte aus der Haka-Kollektion. Ich verwende dazu noch ein Tuch von Haka. Das ist das Baumball Bambustuo Floornet. Und gemeinsam kriegt ihr auch die schlimmsten oder dreckigsten Badezimmer wieder sauber. Also, ich kann es sehr empfehlen. Probiert es aus. Bestellen könnt es wie immer bei mir. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.